Richtig starten bzw. wie ich meine Rennen einfach so beginne, das will ich heute euch erklären und damit hallo allerseits und willkommen zu den Starts bei F1 2015. Der Start ist schon eine Kunst für sich im Vergleich zum Vorgänger allemal und es kann eben der Startschuss zu einem guten Rennen sein. Und wie das Ganze eben geht, wie ich es einfach so handhabe, das habe ich eben schon im freien Training in Österreich in der dritten Saison angesprochen. Aber das will ich heute einfach nochmal in einem extra Video erklären. Kommen wir einfach mal zum Grundlegenden, wie ich meine Starts so angehe. Also was ihr wissen müsst, ich gehe einfach so 70 bis 80 Prozent auf das Gaspedal, um einfach wirklich gut im ersten Gang dann wegzukommen. Hier habe ich die Nellauf drin, weil wir haben jetzt keine Ampellichte, die den Wagen einfach freigeben werden, deswegen einfach mal so. Was ihr wissen müsst, ihr müsst dann beim Start, wenn die Lichter ausgehen, ungefähr den Drehzahlmesser hier halten. Das ist einfach nach Gefühl, das hat man dann mit der Zeit einfach drin. Das ist so viel beim Frust India ungefähr so, damit ihr wirklich optimal wegkommt. Und dann ist es halt wichtig, immer genau richtig zu schalten und auch weiterhin Gas zu geben. Also 70 Prozent, 80 Prozent Gaspedal-Darstellung bedeuten bei mir einfach das hier. Das ist einfach, ja, so in etwa, das ist einfach von Wagen zu Wagen unterschiedlich, müsst ihr einfach mal herausfinden. So, also hätten wir das und dann heißt es eben, ihr müsst den Drehzahlbegrenz am ersten Gang am längsten halten, damit ihr wirklich im perfekten Moment in den zweiten Gang schaltet. Ich werde das einfach gleich mal demonstrieren und ich habe es jetzt einfach mal von vornherein aufgerollt. Also, so, Ampeln gehen langsam an, dritte, vierte Lampe vielleicht und dann müsst ihr eben zusehen, dass ihr hier ja hinkommt, beim Frust India, bei mir zum Beispiel. Und dann, jetzt gehen die Lichter aus, Achtung, und es geht los und ihr müsst den Wagen genau an der Grenze halten und dann einfach schalten. Also, was ist zusammenfassend nochmal zu sagen, um wirklich gut wegzukommen? Ihr müsst einfach mal schauen, mit dem Wagen, mit eurem Lenkrad, wie weit muss ich gehen, beim Start, bevor es losgeht, um dann, wenn der Wagen losfährt, hier in etwa zu sein. Zu wenig ist eben schlecht, dann kommt ihr nicht vom Fleck und zu viel, da dreht es euch die Hinterräder einfach zu sehr durch. Und dann heißt es eben, optimal schalten, um den Motor eben nicht weiter zu überdrehen. So einfach kann es sich eben anhören, was aber sehr entscheidend ist. Ich meine einfach üben, 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 genauso einfach wie sonst eben das Fahren mit einem anderen Wagen, eben eine zweite Saison. Man muss den Wagen einfach kennen, weil die gewisse Eigenarten haben und generell ist das Startprozentere bei jedem Wagen gleich, wie ich einfach mal so die Erfahrung gemacht habe. Also, ich habe euch hier hinten dran nochmal ein paar Starts gezeigt von anderen Wagen. Also, ich bin ja schon den McLaren Honda gefahren, den Torossa und eben aktuell den Force India und den Force Inde, den kann ich eben schon mittlerweile ganz gut. Und bei den anderen Wagen muss man das einfach finden, eben mit Übung. Und der Wagen verhält sich eben etwas anders, was ich eben festgestellt habe. Der Lotus, der ist beim Start gar nicht so schlecht. Man muss bloß eben wirklich den kleinen Kniff finden, bis es klack macht und man mit dem eben richtig gut wegkommt. Man sieht es immer sehr schön, wenn man einfach auf den direkt vor uns schaut, wenn man ihn eben am Heckflügel am Bildschirmrand sieht, wie wir da wegkommen. Zum Beispiel der Red Bull, der kommt am Anfang ziemlich gut weg, aber dann spielt auf jeden Fall die Kraft des Motors eine Rolle und die lässt dann eben den ein oder anderen Wagen einfach abziehen. Und dann noch ein kleiner Tipp, wenn ihr da in der Stehphase seid, dann lasst den Motor nicht zu lange im roten Bereich laufen, denn das lässt ihn nämlich erhitzen und das kostet euch letztendlich einfach Leistung. Und hier bei den Starts muss ich F1 2015 einfach mal wieder loben. Ist auf jeden Fall besser als im Vorgänger im 2014er Teil, weil da hatte ich dann eben mit der Zeit so einen kleinen Kniff raus, wo man, ich sage jetzt einfach mal, in 95% der Fällen mit einer sehr einfachen Mechanik und das auch wirklich sehr zuverlässig an den Wagen auch beim Start vorbeifahren konnte. Hier ist einfach mehr Gefühl gefragt und das macht es eben wieder schöner, etwas simulationslastiger, ja, simulationslastiger. Vielleicht gibt es ja auch bei F1 2015 einen Kniff, womit man einfach richtig gut vom Fleck wegkommt, aber ich will den gar nicht wissen, denn so macht es einfach mehr Spaß. Da sind die Starts einfach nicht so generisch. Ich habe hier bei der Erklärung immer wieder von Lenkrad und mit dem Pedal gesprochen. Ich denke mal, wie gesagt, ich denke, dass das eben auch bei Controller genauso zu handhaben ist, aber bei Curled Masters, wie die das einfach bei ihrem Spiel von Plattform zu Plattform handhaben, da weiß man eben nicht so genau, was die da veranstaltet haben, aber ich denke mal, das kann man so adaptieren. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so startet. Habt ihr auch ein Prozedere, womit ihr einfach ganz gut vom Fleck wegkommt? Dann lasst es mich einfach mal wissen. Und ich habe das Ganze hier natürlich wie immer ohne Verhilfen gemacht und das ist eben auch sehr auffällig, wie ich es gemerkt habe, wenn man nämlich mit Traktionskontrolle startet. Wer mit der Traktionskontrolle startet und eben Vollgas gibt, der geht eben natürlich bis an den Begrenzer und dann, wenn das losgeht, dann greift die Traktionskontrolle und die Drehzahl sackt in den Keller. Klar, mit Traktionskontrolle ist man auf jeden Fall deutlich schneller, aber man erkennt das sehr gut, wer mit Traktionskontrolle fährt und wer nicht. Ja, das war es einfach und ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt so vielleicht den ein oder anderen Platz gut machen. Wie gesagt, Übung, Übung, Übung und man braucht eben sehr viel Gefühl und man muss den Wagen einfach kennen oder man hat Glück. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach irgendwo anders wieder und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss! Und jetzt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020